Hallo und herzlich willkommen zur 49. Ausgabe von Ollis Radio Show hier auf O1, ihrem Lokalsender für Oldenburg und um Zu. Heute geht es um die Wirtschaftsförderung der Stadt Oldenburg. Achim Reichel ist zu Gast und die Tanzikone Isabel Edwardson. Freuen Sie sich auf 55 unterhaltsame Minuten. Mein Name ist Oliver Rosenthal. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Neues aus der Hundertal-Klinik. Herr Doktor, Herr Doktor, ich kann in die Zukunft schauen. Äh, wann hat das angefangen? Nächsten Donnerstag. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie den Patienten Meier sagen hören. Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe Durchfall. Kann ich damit baden? Ja, auch wenn Sie die Wanne vollkriegen. Sie hören Ollis Radio Show zweimal im Monat neu hier auf Oldenburg 1. Ollis Radio Show. Schalten Sie ein, dann schalten Sie ab. Herr Doktor, ich gebe dir King N妹. Klobberμοik und Böden, Dann schalten Sie im Monat. Schattacken Sie vom Monat. Von Wörtern, der heute bin oder. Untertitelung des ZDF, 2020